Jutta, hast du irgendwas zu sagen? Hast du was zu sagen? Ich finde es cool, heute wieder hier zu sein. Schön, dann freuen uns alle. Die Frau von Klaus-Jürgen, ich habe deinen Namen vergessen. Susanne, hast du was zu sagen? Kaffee. Kaffee, lecker. Bitte, von wo? Vom Klaus-Zimmermann, die Frau. Hallo. Hallo. Achtung. Aus. Das ist extra klein gewählt, damit es nicht so einfach ist. Wie viele Mannschaften habt ihr denn? Ein oder zwei? Passt zwei. Ist egal. Ist teuer. Deine neue Wartete bei Fehlmann. Ja, weiß ich. Die hat von der Ecke gesagt. Die hat von der Ecke gesagt. Jetzt ist die Ecke. Ja, das wissen wir auch noch nicht so genau. Das ist wie beim Kindergarten knappt. Richtig knüppelt. Mach mal ein Bild von Trauer. Guck mal, der hat... Guck mal, der ist nicht da. Ja, die Kamera ist immer dann da, wo die Action ist nicht. Aber das ist gar nicht so einfach. Ich bin ja auch kein Profi, leider. Ich weiß gar nicht, für welche Mannschaft ich bin. Du bist für den LK. Ja. Aber eine Mannschaft muss man eigentlich haben. Wir sehen das nicht so genau. Hauptsache, Vertretung ist gegenseitig Frau Chienbein. Die Kinder haben am meisten Spaß. Das ist schon gut, aber den Film können wir nicht im LK einstellen. Oh, das geht. Als Film? Als Bilder. Ja, ne, man kann auch einen Film so einstellen, dass man den im LK gucken kann. Das geht. Als Video? Ja. Also nicht hochladen, über YouTube hochladen. Ja, also über YouTube. Ja, ja, ja. Das geht. Das geht. Keine Ahnung, ich darf in viel. Okay. Das geht gut über den Link dann. Ja. Ja.